Sportliche Fahrer werden diesen VW richtig genießen. Ein leistungsstarker Motor ermöglicht diesem Auto seine sportliche Leistung. Den sportlichen Charakter dieses Autos finden Sie auch in der Innenausstattung wieder. Als besondere Sicherheitsausrüstung in diesem VW finden wir ESP, Tagfahrlicht und Traktionskontrolle. So ein voll ausgestatteter VW ist natürlich auch mit Dachreling und Leichtmetallfelgen ausgerüstet. Möchten Sie eine Probefahrt mit diesem VW machen? Dann rufen Sie uns jetzt an, um einen Termin zu vereinbaren.